So, jetzt geht's los. Damit, mein Name ist Günth, Pär Günth. Heute Abend soll es hier mal nur um mich gehen. Und warum? Ich bin was ganz Besonderes. Ich stehe an der Spitze. Herzlich willkommen zu Ich, Pär Günth. Mit mir Pär Günth, die tollsten Pär Günth. Die nächste Superstar. Oui. Habt ihr das gehört? Na? Über die meisten wahnsinnig, bis über beide Ohren verliebt, ein frisch gebackener Bräutigam. Was soll ich glauben? Wo hast du den Bock gesehen? Direkt hier. Mhm, aha. Herr, du lügst. Nein, nein, Mutter. Direkt hier stand das Tier. Er hat die Geschichte nur erfunden. Da stimmt kein Wort. Also, wenn ihr mich fragt, dann steht unser Pär hier auf einer Leiter hinter einem gemalten Prospekt. Oh. Das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn. Ein Lübenbeut. So. Wer von euch Mädchen tanzt am besten? Du. Ich nicht. Ich nicht. Jetzt reicht's Pär Günth. Du bist für was Großes geworden. mal so. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020